Willkommen zu einem neuen Video. Heute Neb Krippamasta. Hallo Leute. Neb Jeremias. Hallo Leute. Und Neb Loki. Also was wir machen hier schon wieder da. Es kann nicht sein, dass es schon wieder so schlecht anfängt. Nichts in diesem Video fängt so an. Du Louis, dann darfst du noch einen Mitspieler, gell? Doch, er darf nicht spielen. Es ist sowieso PvP, Mann. Ja eben, du musst sagen, welche Map es ist. Da musst du ja. Also diese Map heißt Buch PvP. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ihr könnt euch einen WCP Master downloaden. Ja, ich habe WCP Master gerade hier. Ich habe WCP Master auch hier. Ähm, Leute. Team B ist Loki Dich. Und Jeremias und Kripp Master. Wieso fliegst du schon wieder? Okay, ähm, Team A. Okay, Leute. Team A ist die... Nein. Ich meine Jeremias und Kripp Master. Okay, Loki und ich sind Team B. Warte kurz. Ich bin gerade gelegt. Warte kurz. Ich bin gerade neu, aber die anderen Kripp Master. Ja der Kopf ist fertig. Ich mache, ich mache Speed. Speed Glitch. Speed Run. ich bin er er kennt ich bin er komische er er goldfunder goldfunder ich hab'n bogenfunder ich seh immer noch kein zumanten was ist das goldfunder bislang gibt's nur goldfunder und so wir brauchen ein Gift wo ist das scheiß Pfeil da da wo ich grad in schau er nimmt gleich alle mit oder ja ich hab doch gesehen nimm gleich alle mit genau nicht schmier alles weg sei still sei still ich schlafe ich schlafe ich schlafe wo bist du? ich bin am schlafen wieso bist du am schlafen? damit ich bohren kann hallo? also gehen alle schlafen alle schlafen eigentlich können ja alle schlafen ja ich kann nicht schlafen ich auch nicht weil ich level eine Million bin ihr habt nix mit ich muss etwas löschen was? ok das ist echt scheiße für das video ist es echt scheiße es gibt immer Probleme in diesem Profit ich muss was soll ich löschen bitte ich glaub ich glaub löscht was löscht löscht ja na na kannst du ja dann löscht bitte ok ok das schneiden wir ja aus schneiden wir ja aus na lass es einfach lassen wir es einfach lassen wir es einfach ok jetzt weiter oder was? jup ihr müsst halt rauskommen erstmals diese scheiße das passt schon wieder so ein scheiß verfickte unterbrechung schon die zweite unterbrechung uuuuuh 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 holy shit was war das für ein Geräusch also also hör auf wieso seid ihr alle wieso seid ist Loki draußen ich bin auch draußen wieso seid ihr draußen ich rede mit dir nicht wir können nicht zu dir hin gehen warum nicht keine ahnung du bist doch bei uns nicht drin harsch hm sch harsch ab nochmal alle scheiße dann nochmal los warum komm wieder hin harsch komm nicht noch man komm wieder hin komm wieder hin ne äh das schneide ich jetzt raus ja das schneide ich rein Warte, du schneidest raus, okay? Ich nicht. Geh wieder hin. Du schneidest das. Ja, ich geh erst raus. Weil es hängt bei mir. Bist du komplett behindert? Regie! Schneide das aus. Regie! Stopp! Ich sage einfach leise. Machen wir nicht seine Stimme irgendwie aus zu einem Roboter? Dann muss er ja oft reden. Dann kann er ja oft reden. Hab ich gesagt, er will nicht reden, also kann er den Roboter ersetzen, ja? Gange! Mach jetzt, Mann. Mach jetzt, bitte. Oha! Was, ich bin wieder drin? Ich bin wieder reingegangen. Vielleicht hast du Schöpfen. Dann... Ist er nicht so nett? Hier, bitte. Hier, bitte. Hier ist die B-Lan aus. Ja, hier hat die B-Lan aus. Ich bin so gespannt, Mann. Wieso haben wir Diamond-Rüchtungen an? Warum? Wir haben nur Gold-Rüchtungen. Wieso haben wir Gold-Rüchtungen? Dann können wir auch cheaten. Wir dürfen noch cheaten. Wir haben nicht gecheatet. Bei uns sind Gold-Rüchtungen. Bei uns sind Diamonds. Nein, ist egal. Passt schon, wir sind sowieso besser. Also echt jetzt. Also schlafen alle. Nein. Aber dann respawnen wir da. Eben. Eben. Also ich schlafe. Ich schlafe. WTF, Loki? Du fliegst hin. Jetzt nirgends. Jetzt können wir, jetzt können wir. So. Ich bin dual-wilding. Ich habe ein Arrow und Schwert in der Hand. Schau. Sie. Also alle sneaky. Alle sneaky. Bitsi. Bitsi. Au. Man darf seine eigenen Teammates nicht. Schlagen darf man nicht. Alle eigene Teammates. Hab ich aber gerade geschlagen. Ja komm jetzt, komm jetzt, wenn ich nicht nach ein bisschen. Ich bin ein Womann. Mann, seid ihr behindert? Zücken euch doch mal. Okay. Das ist sowieso ihr hier sein Name. Behindert. Also ich gehe schon mal weg. Ich habe einen Pfeil getroffen. Ich habe nicht was getroffen, Jan. Alter, wie groß ist das im Hauptmann? Ich bin sehr sneaky. Wie ist das schlecht? Sehr sneaky. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, was machst du hier? Aber ich muss auch aufpassen, was will ich lernen. Ich muss abhängen. Ich muss schauen, wo die Läser sind. Weil wirks noch weißen Pfeile denke, es sind eure Namen! Hey! Wo kriegt den Diamond-Wüster-Mann? Hey! Gemeinde! So! Wo ist es dann? Ey Potion, pass auf! Ja, was? Au, au! Sieb! Ausch! Au, au! Mir ist auch nicht so schlecht beim Schwert! Wow! Also, ich bin Bogen! Halt! Wieso hast du Angst? Ja, du hast mir voll viel Leben abgeschärft, Mann! Hi! Alter, was ist das? Ich bin schreckt! Ah! Heia! Nein! Au, ich triffst du mich auf! Au, von hinten! Von hinten! Au! Heia! Heia! Drück! Alter, ich hab ein Herz! Verrückt! Komm her! Lass mich hier ein bisschen Blumen lang! Alter, ich hab ein paar bisschen Herz, Blumen lang! Okay, lass ihn kommen! Lass ihn kommen! Lass ihn nur dieses Mal kommen! Aber nächstes Mal, lass ihn nicht mehr kommen! Aber nächstes Mal, lass ihn nicht mehr kommen! Komm ich jetzt her! Nein, ich bin runtergegangen! Achso, sag ich gleich! Nein! 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 Ah! Gott! Oh, shit! Die sind beide! Die kommen! Und der ist mir! Ja! Ich hab schon ein bisschen... Ich kann nicht mehr so... 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 Alter! Und was? Und du so noch so? So... 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 Mein Schwestern... So... So.... Wie sagt ihr Gold? So... Lass mich nur! Lass mich nur! Weißt du das Problem, ich? Komm her! Der ist der! Komm her! Komm her! Ich weiß nie, er! Ja, der macht man! Wieso? Ich mag das hier! Der ist so was von Köln! Naja, ich hab das nicht so getrunken! Den Held! Ja! Dann müssen die aufmachen! Au! Die Köln! Ja! Ich schierf gleich! Das ist der, der 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 mit den, der abliegt! Nein, das ist der! Au! Vor der Ablenkungmann! Warte, Lass mich! Hätte ich es her abhause! Der ist in der Wege die ganze Zeit jetzt! Der ist der Bibi! Oh, oh, oh. Was hat ich mir gebracht? Die Lager hat nicht gebrochen. Das ist mega gut. Aua! Ah, Loki, du Schlampe! Du Fack-Bastard! Wer hat denn da angegriffen? Oh no! Ey, du weißt schon, die kommen jetzt hinter euch. Aber ich bin alleine!